Das kann nicht sein. So, ich warte mal noch 10 Sekunden. Eventuell, eventuell geht es dann noch hoch, das Ding. Wenn nicht, dann... Ja, wenn nicht, dann nicht. Null. So. Es geht weiter. Kapitel 9. Habe ich jetzt eigentlich eine andere Knarre? Nee. Passt noch. So, ich guck mal schnell, wo ich hin muss. Infizieren Sie die Basis und finden Sie Tyran und die Waffe. Da, wo muss ich hin? 300 Meter. Äh, ach so. Ach so. Ach so. Wir haben ja hier dieses Ding, ne? Und da gibt es noch so einen Haken. Ja, genau. Schmeißt man eine Granate. Eigentlich konnte man doch hier... ungültiger Winkel. Tja, was ist denn der richtige Winkel hier? Da rüber irgendwie? Ui, 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 Bruder. So. Und dann haben wir den hier noch. Moment. Ne, das war der falsche. So, dann gehen wir mal langsam vor. Gucken wir uns mal hier um. Und dann schauen wir mal, ähm... Was war da so reißen können? Ist hier irgendeiner? Ich brauch schon wieder das andere Ding, ne? So. Da gibt es im Übrigen auch eine Trophäe. Man muss irgendwie... Man muss irgendwie ein paar Gegner... Äh... Von der Seilrutsche aus killen. Ne? So, ich sehe noch keine Gegner groß. Wahrscheinlich habe ich schon wieder die ganzen Sammel-Items vergessen, die hier irgendwo rumliegen. Vielleicht da unten oder so? Keine Ahnung. Gut, ich gehe erstmal weiter. Was ist das hier? Ein Benzinkanister, oder wie? Ist das ein Benzinkanister? Tschuck. Hm. So, Freundchen, das war's. Warum kann ich denn das nicht scannen, Alter? Ist zu... zu weit weg, ne? So. Okay. Dann werde ich nochmal da rüber switchen. Warum ungültiger Winkel, Alter? Warum sagt der mal ungültiger Winkel? So. Da vorne ist ein Scanner. Der scannt hier alles. Da ist ein Gegner. Nochmal kurz. Okay, da muss ich hin. Da sind zwei Sachen. Ich könnte jetzt natürlich meine Drohne vorschicken. Weil so werde ich die nicht abballern können. Hat der ein... Ach, leck mich doch. Haben die mich gehört, oder was? Ui, 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 ui. Da ist schon wieder so ein Scheißviech. Hier, da hin, Junge. Schnell! Oh, fuck, Alter. Der macht mich doch gleich wieder kalt. Wo ist er? Ach, der hat das Falsche. Oh, der wird aufgeladen. Oh, das dauert immer 100 Jahre, Alter. Ich kann den nicht einfach... Also, den kann ich ganz... Ui, ui, ui. Ist Ohl aufgeladen? Sehr gut. Da hin. Schnell, schnell, schnell. Mach, mach. Geh hoch. Hat ihn nicht gestört. Dieses Olding ist eigentlich so ein Schrott, Alter. So, jetzt aber. Wo ist er? Wo ist er hin? Da. Flieg da hin, Alter. Mach den... Mach den Schocker. So, boof. Das war's. So, mach nochmal einen Scan hier. Oh Gott, ich mach immer den... Ich drück immer die falsche Seite, ey. Da ist nochmal eine Kamera. So. Äh, hier muss ich irgendwie rein, oder was? Äh? Wo geht's nicht heran? Warte mal, da ist noch eine Kamera. Ah, okay. So, dann einmal... Das Viech da wieder hin. Sammel-Item habe ich ja gerade schon aufgesammelt. Ich glaube, ich muss da wieder runter, Alter. Das bringt hier nix. So. Also, ich kann das Spiel echt gar nicht empfehlen, Alter. Ich sterbe da dauernd. Das ist absolut, absolut, das Spiel hat von mir über absolut, absolut keine Empfehlung, Alter. Das ist alles so... Du weißt... Guck mal, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. So, ich muss da unten hin. Es wird nicht dauernd angezeigt. Du musst extra einen Knopf drücken, damit du siehst. Alter, wer drückt den extra einen Knopf? Ich spiele doch hier nicht auf Hardcore oder so. War doch gerade einer, oder? So, fliegt da mal hin. Wir machen jetzt mal ganz in Ruhe hier. Bruder. Einmal zu dem da. So, ist der down. So, dann muss da noch einer sein. Einer muss... Einer muss da noch sein, irgendwo. Da hinten ballert immer irgendwas, ne? Dieses Geschütz. Oh, Bruder. So, ich drück nach oben. Oh, jetzt wird's angezeigt. Ist das richtig hier? Sehr komisch, Alter. Uah, Bruder. Ich renne jetzt einfach mal hier lang. Ich hab keine Ahnung, ob das hier passt. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall... Hier muss ich hin, oder? AC4 platzieren. Strengsatz bereit. Ich bin fast am Eingang. Und dann muss ich noch da drüben hin? Wie komm ich denn da hin, Alter? Nochmal, vielleicht mit dem Ding? Ne. Ui, guck mal, hier kann ich rein. Wahrscheinlich, um zu verschnaufen. Du kannst ja hier nur rennen, Alter. Du kannst nur rennen. Checkpunkt. Zweiter Sprengsatz platziert. So. Warte auf Detonation. Wir treffen uns am Eingang. Ich bin unterwegs. Wo ist denn der Eingang, Alter? Ich drück nach oben, Alter. Ich wüsste nicht, wo der Eingang ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo ist der Eingang? Da hinten ist... Da hab ich grad C4 platziert. Das kann nicht sein. So, ich warte mal noch 10 Sekunden. Eventuell... Eventuell geht es dann noch hoch, das Ding. Und wenn nicht, dann... Ja, wenn nicht, dann nicht. 0. 1, 0. Okay. Dann zeig mir doch mal, wo der Eingang ist. Da, ich drück wieder... Ich drück nach oben, ne? Und mir wurde hier nichts angezeigt, Alter. Wir müssen drücken. Perimeter sichern. Ich suche einen Eingang. Ich suche einen Eingang. Den ich grad gesagt, ich soll zum Eingang kommen? Ich geh jetzt einfach mal blind hier lang, Alter. Weil, keine Ahnung, wo der Eingangssensor ist. Also, schau mal was. Ist hier der Eingang? Jetzt gibt's auf jeden Fall Muni. Ach, und ein Adrenalinpack. Ja, halleluja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich drück wieder nach oben. Oh, guck mal, da sind Gegner. Hui. Darunter vielleicht? Oh, an der Comicseite. Ja, die hat mir noch gefehlt. Das kann nicht stimmen, oder? Hier geht's eher... Geht's eher nochmal raus. Ich glaub, das ist so ein Gang... Von da ganz hinten. Ich glaub, da musst du lang gehen, wenn du das Sleaf machst. Oder... Oder... Zweite Möglichkeit. Ah ja, hier, guck mal. Oder wenn du das auf härteste Stufe spielst. Ist der tot? Da hat er noch einer irgendwo, oder? Da hat er noch zwei. Ja, und der hat ne Pumpe, oder? Alles klar. So. Wo ist denn jetzt der Eingang? Hallo. Ich denk mal, das ist der... Ui, Bruder! Alter, ich häng hier irgendwo fest. Was ein Crap, ey. Was ein... Okay, ich bin drin. Gehen Sie zum Eingang. Ich öffne die Türen. So, jetzt hat sie gezeigt, wo der Eingang ist. Hier ist der Eingang irgendwo. Sind hier noch irgendwie Gegner? Nee. So, wir gehen zum Eingang. Ach, die. Ach, die alte schon wieder, ey. Warte mal. Das nehmen wir mal mit hier. Dossier. Hier. Das muss der Durchgang sein. Hilfen Sie mir mit der Türöffnung. Ach so. Ach so, da brauchst du zwei Hände. Alles klar. Gut, dann leg mal die Patsche da rauf. Ich sichere das Gleis? Wie sichere ich denn das Gleis? Ist das richtig, was ich hier tue? Keine Ahnung. Da drüben ist noch einer. Also was ich bei Call of Duty gut finde, was du hörst, wenn der Gegner tot ist. Dann gibst du ein Signal. So ein... Gibt's da. Und hier... Bist du gar nichts. Da musst du raufballern, solange bis kein rotes Symbol mehr über dem Typen schwebt. Alter! Also wenn mir jemand sagt, dieses Spiel... sei der Hammer, dann muss ich ihn leider enttäuschen. Ich als Influencer, ja. Kann nur sagen, das Spiel ist okay. Ich hab Killzone 3 gespielt, Leute. Das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Feeling. Als dieser Scheiß hier. Wo ist denn hier einer? Guck mal. Checkpunkt. So. Ich hab noch sieben... Ich hab noch sieben Munitionsdinger, Alter. Ich renn mal über die ganzen Leichen rüber, weil ich glaub, die benutzen alle die gleiche Waffe. Ah ja, okay. Genau. So, jetzt haben wir hier ein bisschen... bisschen Muni. Bisschen Muni in der Hoodie. Also ich finde das Killzone-Franchise eigentlich ziemlich geil. Aber bei diesem Spiel haben sie es irgendwie komplett verbockt. Keine Ahnung warum. Na los. Schnell an Bord. Keine Ahnung. Also... Ich hab schon Besseres gespielt. Tja. Und das ist das letzte Kapitel, ne? So, was ist denn der Plan, Püppi? Was ist denn der Plan, ey? Die erzählt nix. Er hat keine Wahl. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was sie redet, Alter. Stahl wartet. Er wusste, dass wir kommen. Ja, er wartet wirklich. Er macht sich ready, Alter. Hörst du mich? Hallo? Er hat hier ein paar ein bisschen... Er hat hier ein bisschen vorgesorgt. Nichts. Hoffentlich hat er sie gehört. Hoffentlich hat er mich gehört. So, Checkpunkt. Man muss das Spiel einmal durchspielen, ohne zu sterben. Aber angeblich kann man auch über die Kapitelauswahl gehen und das Ding auf leicht spielen. Und dann muss man nochmal für eine andere Trophy das Ding auf extrem schwer spielen. Oder auf Überleben. Ich glaub, Überleben gibt's auch noch. Das heißt sozusagen, zwei Schuss und du bist hin. Oder ein Schuss. Das ist aber eine DLC-Trophäe. Naja. Gut. Ich bin wieder im Game. So, erzähl mir mal was, was jetzt abgeht. Untersuchen Sie die Undock-Plattform. So, die wird mir da hinten angezeigt. Gut. Das heißt doch... Ruf. So. Alarm weg. Gehen da weg. Hin! Geil, ne? Das Ding ist absoluter Scheiß. Als ob... Also... Ich markiere schon den Typen, ja, dass dieses Teil dahin fliegt. Nö. Da hast du schon wieder nicht getroffen. Schon wieder nicht. Jetzt muss ich wieder in Deckung gehen. Weil der Typ, der kommt hier gleich hoch. Das sag ich doch. Ja, der kommt hier hoch. So. Flieg hin und mach da mal ein Ding. So. Weil ich kann den sonst nicht abschießen. Ich kann mich nicht mal hinlegen, Alter. Komplett kaputt hier. Da drüben... Hä? Hä? Katastrophe. Katastrophe. Diese Steuerung. So, ich geh jetzt mal weiter. Guck mal hier, da ist es schon wieder. Ich bin schon wieder halb tot. Wo ist er denn? Ich seh ihn halt nicht, ne? Ich seh den einfach nicht, Alter. Ist da auch noch einer? Ähm. Hä? Nee. Alter. Dieser Tag wird der begeiligste Tag in euren Leben. Ach, den hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt hab ich noch ein Adrenalin. Jetzt kann ich mich nochmal wiederbeleben. Weil dieses scheiß Old-Teil auch in der Nähe ist. Tot, tot, tot. Mach doch mal kaputt das Ding da. Kann man das überhaupt kaputt machen? Keine Ahnung. Ach ja, ich bin leer. Perfekt. Jetzt ist er. Kann man das eigentlich... Was ist da jetzt? Alter, ich weiß gar nicht, auf was ich da schieße grad. Ich schieße einfach mal. Ich schieße einfach mal. Ja. Was war das denn schon wieder, Alter? Ich glaub, wenn so ein blauer Container hochgeht... Dann... Knallts einmal. Oh, es geht hier hoch, Alter. Lebt er noch? Ich sag ja, man merkt nicht, wann die tot sind. Ich glaub, noch eine Granate. Warte mal. Null. Ah, geil. Ich glaub, die sind down. Junge, was willst du denn hier, Alter? Wo ist denn hier die ganze Scheiße her? Also, wenn ich mal zum Killzone-Event eingeladen werde, weil ich so sehr Killzone mag, dann sag ich... Nee, Leute. Nee. Für kein Geld der Wert. Was kann das Ding machen da? Ich glaub, das war ein Raketenwerfer. Kommen wir da rein? Nee. Moment. Habt aber was für euch. Moin. Lad nach, Junge. Schneller. Der lädt genauso schnell nach, Alter. Da kannst du doch gleich eine Kaffeekränze machen hier. Der hat doch so einen Teil. Guck mal, hast du gesehen? So, warte mal. Wir machen das jetzt anders. Ich muss mich erst, zuerst sehen, dann irgendwie wegholen. Uff. Uff. Sag mal, trifft ihr eigentlich überhaupt? Der hat doch so einen Teil. Guck mal. Schauen Sie mal. Er versucht uns zu kopieren. Junge, mach was du willst, ey. Ich bin froh, wenn ich hier überlebe. Und die muss in den Kontrollraum. Was ist denn hier los? Kannst du da hacken? Oh, da ist da einer. Irgendwas. Irgendwas ist da. Da sind noch welche. Wo war der denn? Wo kam der denn jetzt her? Junge, da hin. Da oben. Flieg da hin und kill die mal. Katastrophe. Katastrophe. Katastrophe, Leute. Und das soll man auf, auf Extrem spielen? Das ist doch gar nicht möglich, ey. Da kriege ich ein Herz. Da kriege ich ein Herzinfarkt, Alter. Möglichst viel Munition. Die hat gut reden, Alter. Die braucht 100 Jahre zum Hacken, ey. Das mal in zwei Sekunden. Hier gibt es aber auch nur Dreck, Alter. Die habe ich auch noch. Ja, deine Muda ist fertig, Alter. Ich habe 24 Schuss. Das stimmt doch erst nicht. Das reicht doch nicht. 175. Eigentlich sollte der da hinfliegen und das scheiß Ding hacken, ne? Der wieder da oben hat Anlagen. So, ich probiere erst mal, die Teile wegzuholen, ne? Die sind ganz wichtig. So, einmal. Da kommt schon, da kommt schon die Viecher rein, Alter. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hat er den getroffen? Ja. Ja. Kann man wenigstens ein bisschen Adrenalin nutzen hier. Aber ich bin gleich je wieder tot, Alter. Das bringt überhaupt nichts. So, ich muss mal einen Scan machen. Weil eigentlich, da ist noch so ein großes Ding. Junge, ich komme mir vor wie bei einem Matrix, ey. Wie lang muss ich hier noch umballern? So. Da ist noch einer. Also, ich würde gerne einen leben lassen, damit ich versuche, zu hacken. Ich weiß aber nicht, ob das möglich ist. Es kann doch sein, dass ich erst alle wegholen muss. Spring doch mal da rüber, du Idiot. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin schießen soll, Alter. Das Problem ist, ich habe nur einen, so ein, hier, da muss, da muss das Ding hin. Ist das schon wieder kaputt? Ja, Mann! Ja, Bruder! Ich habe es geschafft. So, ich gehe wieder rein. Munition und Zeug und so. So, schnell nach oben. Ja, mach mal hin hier, du! Och, kotzt die mich an, Alter. Okay. Das wäre so ein Troll. Warte mal, den hol ich gleich mal weg. Zack. Es kann sein, dass ich jetzt nur noch aufräumen muss, ne? Äh. Aha. Ach, hier ist auch noch eine Treppe. Ja, stimmt. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Alter. Also. Da ist er. Ja, ich habe mir nichts anderes erwartet. Jetzt kommen wieder 1000 Helgas. Lassen Sie sich als mein Werbe feiern. Ich hoffe, Sie genießen es. Guck mal hier. Puff. Einmal hin da. Welche bekloppten Drohnen, Alter. Ich rotze da rauf. Ey, es passiert einfach nichts. Ja, die Drohnen. Ja, moin. Bin gleich wieder tot. Guck mal. Das ist doch nicht normal. Drohnen! Angreifen! Schnauze! Schnauze! Ui, ich kann hier rumrennen. Sehr gut. Hä, ist das der Anfang? Junge, geh doch mal da hoch. Ui, da. Wo ist er? Ist er mir hinterhergerannt? Soll ich nach oben drücken? Und deswegen ist das Spiel so beschissen. Das ist der Grund, warum das Spiel so beschissen ist. Weil du nicht weißt, wo du hin musst. Ich weiß nicht, ob ich den Typ gekillt habe. Ich weiß nicht, ob der Typ hier noch rumrennt. So, da hinten ist er. Irgendwo. Da ist er. Ja, ich kann da leider nicht hin. Dann muss ich von der anderen Seite versuchen. Weil wenn ich da runtergehe, dann macht der mich platt. Der muss da irgendwo stehen. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja, ich erledige den doch. Oh, ich hab's geschafft, Alter. Drück ab. Drück einfach ab, bevor wir abhauen. Wie hält man es auf? Reden Sie. New Hellgun. Ist nur eine... Alter. Fantasie. Ah, Bruder. Feiglingen. Und Verrätern. Aufwachen. Das hätte ich echt mal originalverpackt in den Schrank lassen sollen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr wert gewesen, als dass es wert gewesen wäre, das Spiel zu spielen, ey. Bitte melde dich. Jetzt ist er da. Du darfst ihn nicht töten. Er muss am Leben bleiben. Ist sie noch bei dir? Ja. Das heißt dann wohl ja. Sie ist noch bei mir. Hat den Weg für das Wesentliche verloren? Das habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Stahl hat die Waffe. Stahl. Jetzt kann ich ihn aufhalten. Du läufst in eine Falle. Hm. Die Waffe sind gefallen. C'est la vie. Sir. Wenn wir Stahl finden, endet das hier. Hä? So, ich wollte auch nochmal abdrücken. Ja, da ballert doch einer. So, mach die nicht mit, oder was? Warum muss ich hier eigentlich immer alles alleine machen? Immer. Immer. Immer, immer, immer. Soll ich jetzt alleine fliegen, oder was? Die bleibt hier? Sieht ja fast so aus, ne? Ach, nee. So, uff. Wir beide sind ausgestoßen. Vielleicht ist diese Gemeinsamkeit gar nicht so schlecht. Hm. So. So, let's go. Wir heben ab. Wo heben wir denn hin? Zum Big Boss, oder? Wir nähern uns zur Stahlsbasis. Tototototototototototototétotö. Jawoll. Untertitelung des ZDF, 2020